Ich habe ein kleines Lied geschrieben über einen Menschen, der mir, wie soll ich sagen, quasi sehr nahe steht. Ich habe ein Lied geschrieben über einen Mann, der sehr potent ist. Da ist es. Alle Schnitte dieser Welt Ja, was ist mit uns? Geben alle ihr ganzes Geld Für den Einen, den sie lieben Das ist ein Wahnsinn, ha ha Dies wert Dies wert Der ihn kennt, der weiß genau Ist mir dumme Sau Der ist ganz gewaltig schlau Sein Ico ist 110 und mehr Und wie heißt der Feuer? Gießbert Was? Gießbert Ist der schlaueste Mann der Welt Wenn er seine Fresse hält, spiele ich auch Dies wert Dies wert Dies wert Ist der schlaueste Mann der Welt Zeig ich mir eure Feuerzeugen Komm Sein Körper Muskulös und stark Die Muskel Die Muskelvolle Die Stimme Die Stimme Sexy und hart Aber die Brust gar nicht mehr hart Gießbert 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 Ist der schönste Schnittelheld Alle die von Gießbert träumen Fängt das Maul an zu säumen Sollts Pimpimp nicht versäumen Sollte nackt sich an ihm reiben Wie heißt er? Gießbert Gießbert Ist der tollste Mann der Welt Sobitte ihr seid dran Komm Mein Gott Ist der tollste Mann der Welt Danke Ich glaube Viele Menschen in den ersten Reihen hatten eben einen Orgasmus So hat es sich angehört Dankeschön